Junge, wenn jetzt Bibi Mario dabei ist, dann fickt ihr uns alle buchstäblich. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mario Kart 8. Der Lachs. Zusammen mit Apfel, Flo und Jordan. Hallo. Moin. Heute mal alphabetisch. Und heute spielen wir zum ersten Mal gespiegelt und fangen wieder von vorne mit dem Pilzkab an. Ja. Mehr gibt's nicht zu sagen, Jungs. Das wird doch nicht erwähnt. Das wird doch nicht erwähnt. Ja, wir haben grad meinen Charakter gesehen. Ihr werdet es gleich sehen. Ich wäre runter. Das ist eine Premiere. Stopp. Ich freu mich schon wieder drauf, um Dampfer zu machen für die Folge. Ich freu mich schon da drauf, jetzt erstmal schön falsch zu drücken. Die Map heißt Campidrom? Campidrom? Das ist Mario Kart Stadium. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass die Campidrom heißt. Was zur Hölle? Weißt du was? Ich mach jetzt mein erstes B auf. Dann wird es wieder bei Apfel klopfen. Alter. Da ist Baby Mario. Oh nein. Da ist er. Da sind die Baby Peaches. Wir sind die Gang. Oh Mann, Alter. Hä? Okay, ich back wieder, Jungs. Das ist von langsam. Ja, 150. Achso. Damit Apfel. Ja. Die Spiegel gibt's noch 150. Kurios, Alter. Ich krieg ne Münze. Maschallall. Alter, es ist langsam. Das ist übel langsam. Oh mein Gott. Ja. 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 Das ist schrecklich. Da kannst du noch mehr als nur so zwei Sekunden aus der Folge rausnehmen. Ja. Ja. Ey, wenn ich höre wie gesagt, das ist Feuer. Voll Feuer. Voll Feuer. Ich hätt bisher nur Pilze. Ich krieg keine furiosen Items. Also nicht mal irgendwas, was daran anlärmt. Ich glaube nicht. Ja, ja, ja. Verpiss dich mal mit deinem Grün da. Oh. Oh, klar. Was? Oh mein Gott. Wie geil. Wie geil. Ich hab das auf der Aufnahme. Ich hau was. Jungs, ich hab's gefüllt. Ja, aber ich... Ich hab die Farben. Die Karten werden direkt nach zwei Sekunden direkt gebumst, Alter. John, ich hab die Fahrt von dem... Ich bin perfekt auf Aufnahme. Katze und Pitcher Feuer, einer von blauen. Die bumst mich. Mr. 150, einfach so ein ganz gechilltes Fahren mittlerweile einfach. Ja. Es ist aber nicht so cool für nö. Ich hab mir geblüht. Ich hab mir geblüht. Ja. Gibt's gespiegelt 200? Ne, gespiegelt 200? Na, das müssen die mal reinmachen. Das wäre doch geil. Ne, ich befürchte sogar, dass wir gar kein 200 mehr kriegen in den nächsten Mario Cards. Sollte noch eins kommen. Mach mal 300, easy. 300. Dann kannst du nicht mehr gescheit fahren. Dann ist es eh nur noch locker. Alter, wie da unten links aber so vier Baby-Peaches aus der Map sind. Das ist es nicht. Das ist nö. Ah, so cool. Alter, da war ich die ganze Zeit Zweiter und jetzt werd ich wieder gebumst. Haben wir heute schon mal einen Blitz gesehen in der Folge? Nein. Okay, Jordan. Ich glaub jetzt nach 200 kommen wieder ein bisschen gechilltere Folgen, hab ich das Gefühl. Jordan, ich hab dir auch mal die Frage gestellt, was passiert, wenn man mit einer Sterne eine Blaue küsst. Die Blaue fährt einfach durch dich durch, hab ich grad gesehen. Da ist er ja, der Blitz. Da ist er ja. Gotti, by the way, es gibt noch ein Item, womit du den blauen dodgen kannst. Ich bin fort, Rudi. Alter, ihr lutscht mir doch alle die Schwänze. Ich bin fort, Rudi. Die sieben. Mit dem Kugelwilgi. Ah, das stimmt. Ich glaub, man hätte noch 150 erstgespiegelt. Kann man mit dem Stern, kann man mit dem Stern nicht auch dodgen? Naja, wir haben ja immerhin furiose Items, aber bisher hab ich davon noch nicht mehr. Ich hab keins bekommen. Ich wurde einfach nur furios gebumst. Mehr ist nicht passiert, mehr hat sich nicht geändert. Guck mal, vier Pieter wieder. Die sind jetzt einfach nur Katzenpieter. Ja, die lutscht mir doch die Schwänze. Was? Welchen? Alle. Das Tic Tac? Das halbe Tic Tac. Das halbe Tic Tac. Ich war fast nach rechts gefahren. Nein! Ich bin nach rechts. Ich auch! Ich hab schon wieder komplett vergessen, dass wir ja gespiegelt spielen. Ich wollte erst, aber dann ist mir eingefallen, oh wir fahren ja gespiegelt. Schade. Mein Gehirn ist einfach schneller als eure. Ich hab ja auch, äh, ich hab ja auch drei Kopfschmerztabletten in 1000 Apfel und Bier. Das ist ehrenlos, dass ich das getroffen hat, Jordan, weil eigentlich nur drei Bananen so, hä, hau. Ja, das ist so. Hau. Deswegen hasse ich auch die Dreier Geschenke. Mega furiose Items, ich geb ne Münze. Wer nennt das denn Geschenke? Immer. Was sagst du? Items. Items, Geschenk. Ja, die Geschenkboxen halt. Itemboxen. Einfach nur Items. Ja. Find ich schon wie aufgefuckt schon, krass. Ne, ich bin nicht aufgefuckt. Das hat sich aber krass zu angeboten. Scheiße, ich hab dich keine Bombe weitergeben. Ich bin einfach nur aufgefuckt. Gott, du bist so ein Stück Scheiße. Fick ihn wegflog. Alter, so langsam. Ja, super. Ja, und dann kommt Bibi Mario. Ach, schön. Der macht alles kaputt jedes Mal. Digga, ich denk, ich denk grad schon, wir sind schon in der dritten Runde. Ja, es wär so viel schöner gewesen, wenn wir in der dritten... Nein! 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 Wie jeder so Nein sagt. Ja, ich hab's auch, ich hab's auch nur gesagt, wenn die anderen so, so einen langen, äh, Leer hat noch. Nein! Nein! Ich bin wieder los. Abschluss ist immer noch dabei. Alter, ich bin so langsam. Ja, es ist so schlimm. Es ist schlimm. Ich bin froh, dass wir hier nach dann wieder mit 150 anfangen bei den DLC-Strecken. Auch jetzt auf einmal? Ja, weil, ja, weil dann sind wir schon mal dran gewöhnt, dann das langzamer. Und dann nach wie so bis so nur noch... Wer hat denn jetzt mein Panzer geklaut? Hätte ich gern noch nach hinten geschossen. Ähm, hm. Ja, ich bin am Ende noch von nem Panzer. Nachdem wir endlich durchs sind mit den letzten paar Strecken, ne? Von meinem, von meinem, ja. Weil ich hab noch nen nach hinten geworfen bei mir. Ey, Apfel, Apfel, wir haben Platz getauscht! Grundi, hol den Kapp! Hol dir den Kapp, Grundi! Ich geh mein Bestes. Bei 200 wären wir jetzt schon bei der dritten Strecke fertig. Pissed on this delice! Ne, sweet, sweet canyon, Alter. Sprech Französisch! Ich bin gebildet! Je ne pas de français! Ja, warum bist du gebildet? Ey, ich kann wenigstens Englisch im Gegensatz zu starten. Ja, sogar die 150 ist gespiegelt! Das sehe ich ja jetzt erst. Ich hab doch nie drauf geachtet! Krass! Aber warum musst du jetzt so gegen mich schließen? Warum ist das nicht gespiegelt? So dieses Bild, wo wir die Punkte sehen. Ich hab noch ihm eine extra Wünsche. Ja. Apfel siehst du ja links bei diesen Oreo-Keksen, da ist ne Österreich-Flagge. Oh ja! Null! Die Österreicher wieder. Ja. Die haben nämlich eigentlich Oreos erfunden. Oh Gott, ich war gerne links. Du musst die Spiegel so nicht so leben. Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! War das Klaus? Ja! Nein! Alter, ich hasse es, wenn du was am Arsch hast, ne? Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Ey, wie viele Rote kommen da denn noch? Alle! Danke, Jordan! Immer nur alle! Jetzt wird mir der Rote geklaut! Karma! Also, als wäre ich schon nicht um Gewalt... Jetzt… Jordanota, alter! Du Hurenkind! Fest'n Bomber war das! Jordans! Nicht! Fuck! Ich habe... Ich hab nicht gesehen, dass wir nochmal... Cheis Kind! Mario! Was ist... Wo ist denn der Blauen? Hä? Hä? Weißt du das gerade ernst ne investors! Ja! Nein! Nein, ich höre mich noch nicht. Hä? Warum, Digga? Warum nicht? Tust du grad nur so Apfel? Apfel was? Du playst grad, oder? Ich hab dich zugehört, was? Du tust grad nur so, oder? Was denn? Wegen der blauen? Ob du wirklich, wo der blaue hin ist, oder was? Oder kebst du grad? Du playst. Alter, mit wem Spiel? Digga, du hattest die Kröte. Ach so. Ich wusste nicht, dass der... Ich dachte, ich hab's nicht zu spät eingesetzt, aber ich dachte, okay, ist doch nicht da. John! Und das jetzt? Ah, wieder ne Bombe. Nein! Mein Gott, von siebter auf vier... Oh, es ist noch nicht fertig! Oh scheiße, ich halte die Kugel. Was? Was? Ich bleib einfach stehen! Ich bin aber auch stehen geblieben! Ich bin einfach stehen geblieben! Ich bleib einfach stehen geblieben! Alter! Ciao Flo! Piss dich, Junge! Wer bist du, wer du denkst? Ich denke, wer ich bin! Was? Er denkt, er ist Baby Mario. Moin! Servus! Servus! Moin! Wer ist der Zweite? Ich! Viel Spaß mit der Bombe! Nein, Spaß! APFEL! Ja! Du Pisser, du dreckiger! Du dreckiger Pisser! Oh, was ist mit dir los? Ich bin grad auf der Ziel... Ich war literally auf der Ziellinie, da wurde ich in der Banane... Kommt nochmal Baby Mario! Ey, können wir bitte... Können wir bitte als 1 bis 4 beenden? Ja, das ist ja schon gut! Das wär so schön! Ja, und dann... dann muss noch Katzenpeach auf 5! Pff! Temple Thomp! Steinblock Ruinen! Thwomp Ruins! Español! Apfel! Apfel! Ach, ach, ach! Stell deine Switches endlich auf Spanisch! Wir brauchen das! Spanisch? Spanisch? Spanisch! Die wird dann auch auf japanisch eingestellt, Bruder! Kannst du das lesen dann überhaupt? Ja, natürlich! Kannst du japanische Schriftzeichen lesen? Ich konnte es! Also nein! Hast du deine Switch wirklich auf japanisch? Oder war das jetzt so ein Bait? Ne, er würde das machen! Also nein! Naja, wenn sie es ausschreiben würden und nicht in den Schriftzeichen! Ja! Das ist aber... Französisch! Ja, das ist ja japanisch, die Schriftzeichen! Ja, es gibt ja auch das in uns! Für normale Menschen! Ja, aber das ist ja dann nicht... Das ist ja dann nicht normal! Hä, ich hab den... Jetzt hab ich meinen Scheißpanzer weggebracht! Fick du Hure! Fick du Hure! Ich hab sie dir reingeballert und mir wurde von hinten auch reingeballert! Fick du Hure! Fick du Hure! Fick du Hure! Ich hab verstanden! Fick Hure! Lapfel, willst du mich bitte links fahren? Ich will dich nicht vor mir haben! Wir sind nicht in England! Natürlich werfe ich gerade meine scheiß Banane weg! In Japan fährt man übrigens auch links! Hast du die rote in die Banane reingeworfen? Nein, nicht gut! Ich hab meine Banane abgelegt! Ey, diese... Das kommt mir vor wie eine ganz andere Map! Sowas nennt man Karma auf, hör! Gott, ich hasse dich! Ich bring dich durch! Oh Gott! Ich halte mich fast ein Grün weggeballert! Das wäre ja zu schön gewesen, ne? Hat er dich noch getroffen? Ja! Das war zum Glück, weil ich dachte, das wäre wieder so ein Fehler! Kann dieses scheiß Ding mal aufgehen hier! Flo steht schon die ganze Zeit dran! Ja! Man muss übel vorausschauen jetzt auf die Pfeile, wo die hinzeigen! Digga, wer ist die Rakete? Nein! Die ist Bewohnerin, hä? Digga, ich hab grad Münze und Banane eingesetzt, um was Neues zu bekommen! Was krieg ich? Münze und Banane! Oh nein! Nein! Ja, fuck! Ja, das ist over! Wo bist du? Ja, siebte! Wow! Da! Ich wär fast stehen geblieben! Da kommt noch ne Runde! Und noch ne Runde! Jetzt hab ich noch nicht mal ein Item gekriegt! Ja, das ist wirklich over! Nein! Komm! Ich hab noch meine Items, lol! Ich hab noch meine Items! Ja, der Cheater, Bro! Der Cheater, der Boss! Nein, Alter! Jetzt kommen alles auf einmal wieder auf mich drauf, Digga! Ja, ich hab noch... Junge, wer ist der Schallstern? Sorry, Bro! Sorry, Bro! Bro! Ja! Das weiß ich nicht! Nein! Der Blaue! Der Blaue! Gib ihm! Gib ihm! Gib ihm! Nein! Jawohl! Ja! Zweiter! Zweiter! Nein! Nein! Das kann nicht sein! Ach, komm! Fickt mich doch in alle Löcher! Nein! Ja, 1, 3, 3, 4, Jungs! Ich hab nen Kopf! Ach, fickt mich doch in alle Löcher! Ich hab nen Kopf! Ich hab nen Kopf! Ich hab nen Kopf! Ach, lutscht mir doch die Eier! Aber du bist die Erste! Ja! Der Gott! Nee, das kann nicht wahr sein! Alter! Alter, 46! Ey, Flo! Hättest du mir den Ersten gelassen, wär ich noch von Jordan gewesen! Ich hab so gehofft, dass er dich noch trifft, Alter! Ein Meter vom Ziel! Hätte Flo mit nicht die Banane geritten, wär ich jetzt Erster! Ah, ja! So, das war's wieder mit der Folge MarioCut! Schaut doch auch bei Flo, Jordan vorbei und bis zum nächsten Mal! Ciao! Tschüss! Ciao! Ciao!